Ich kann nichts tun wie du kannst nichts tun Lachen einfach anders Beinnert er Ach ja Ist ok Weißt du Daki regt sich auf wenn ich so was mach Alter aber weißt du er macht selber Ja ich musste jetzt mal sein Ja ok So Und zwar noch Milität LKW fahren macht so viel Spaß Ich mach Musik an Hier ist keine Musik Es geht nicht jetzt Bei meiner Musik gestern wär ich GAMI AAH AAH GAMI GAMI AAH GAMI GAMI AAH Was? Ich kann bei meiner Musik nicht einpenseln Also in meiner eigenen Remix Oh yeah Ich kann bei Musik grundsätzlich nicht einpennen Aber Es war schon Sonnenstrahlen FTP GAMI GAMI AAH GAMI GAMI AAH GAMI GAMI AAH GAMI GAMI AAH Ich fahr hier rum Das ist genau Das ist genau Der freut hier rum um 1.34 Uhr Der freut hier rum um 1.34 Uhr Der freut hier rum um 1.34 Uhr Oh Prost Nee Ach du Finde Quetsch Dolat Was? Alles korrekt bei dir? Na klar LOL Ja lass mal wieder auf dieser Stimme reden Hallo Dolat Du klingst wie so ein Behinderterkreis Fick dich man Ja ok warte Hallo? Ja? Alles klar bei dir? Ja ich bin echt im Ruh Ich bin grad voll geil Okay Und was hast du? Das war sehr vielmal gewesen Ich kann dabei nicht ernst blicken Das funktioniert nicht man Hallo? Ja? Wie geht es Ihnen? Haha gut Schön ich fahr Ich bin schon 14 Was? Ich bin schon 14 Wie alt bist du denn? Ja 15 Oh geil Wollen wir uns bei ID treffen? Ja Und vom Penner anrotzen Ja Am besten anpissen Ohohoho Ich mag dir ankacken Oh nein Ich darf nur 50 fahren Oh na dann Ja Ich fahr schon Auto Äh ich fahr auch Okay Na ähm Ich fahr grad durch Wien Ja Buddy left your channel Hahaha Ist er gegangen? Das war zuviel Dass ein Kind schon Auto fährt Hahaha Hallo? Ja Ich bin der Günther Ich bin der Günther Ich bin der Günther Gynäkologe Mann Wollen wir jetzt auf Asi Asi sprechen oder wie? Äh Kim Buck Ich guck ins Video Was guckst du für ein Video? Is OnOrd Part 26 Von Gronkh ne? Nein Von GameTube Kenne ich nicht GameStar Ach diese Typen Die sagen Die sagen Ey die sagen ernsthaft Bei Landwirtschaftssimulator Äh bei Landwirtschaftssimulator Genau Bei 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 äh Diesen Simulator was ich grad hier spielte Lkw Simulator ne? Da gibt's keine Menschen die rumrennen rumlaufen Ja die sind voll blind alter Die bewerten ein Spiel alter und zocken's nicht richtig Ja das ist mir egal Das sind die von GameStar Aber die von GameTube Die kommentieren halt Das sind halt sogar immer zwei Leute die kommentieren Und das ist einfach geil Die unterhalten sich Machen übelst geile Gespräche und sowas Und das finde ich einfach Hammer Könnten wir ja auch mal machen Ne Fick dich Wir sitzen ja zusammen nebeneinander Ja und? User joined your channel User joined your channel Hallo Parker Ducky ist nicht hier Wahnsinn Parker Ja Meckt Nudeln mit ähm Hühnerbrühe MacNoodle Ey Parker Und das ist was wir letztens hatten ne? Moralsex Nein 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 Parker 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 Willst du was ich grad mache? Ne Ach man Denkt es dir Was? Denk es dir Psst Ruhe Alles klar okay Ah okay gut Und? Okay dann nicht Ja Ja viel Spaß ne? Jo danke Bagger fahren Äh Ja ja Parker Nudeln mit ähm Hühnerbrühe Oder Hühnerbrühe Würfel oder Funktioniert das? Äh du hast grad gesagt MacNudeln oder was? Gibt's bei Macs jetzt Nudeln oder was? Ich hab niemals was gesagt. Ja, das... Du hast sowas... McNoodle. Ja, hab ich gar nicht gesagt. Hast du's gesagt, Patze? McNoodle? Keine Ahnung, muss ich mir gleich eine Aufnahme angucken. Hä, ne. McNoodle. Awesome. Okay, greifen wir auf das Thema Nudeln mit Hühnerbröt zu. Ja, ja, genau. Geht das? Wie geht das? Ja, das geht. Verwendung? Also einfach rein damit und dann? Nö, also ich bring... Ich bring circa 1,5 bis 2 Liter Wasser zum Kochen, mach da meine Nudeln und wenn sie soweit so gut sind, die Nudeln, also wenn sie bissfest sind oder weich sind, je nachdem, wie ich sie gerne mag, ähm, abkippen. Aber nicht, äh, komplett. Ach so. Sondern ich hab aber davor aber schon den Herd ausgemacht, schon auf Stufe 3 oder so, also Stufe 3 von 6, also die Hälfte mindestens, die Hälfte runter, ähm, dann wieder auf die Platte drauf, dann, ähm, zwei Löffel Hühnerbrühe rein und dann mit einem großen Löffel oder mit irgendwas anderes verteilen, damit die Nudeln halt, ähm, gewissen Geschmack daran kriegen. So, dann, äh, dann, äh, ein bisschen ziehen lassen, vielleicht eine Minute lang oder so und dann, äh, nochmals umrühren und dann, ähm, wie viel Gramm sind denn das immer bei einer, bei, bei Butter, keine Ahnung, 10 oder 20 Gramm Butter, zack rein. Ja, ich will schon, ja. Äh, schmelzen lassen. Funktioniert zusammen, pappen. Willkommen bei Let's Koch, Alter. Genau. LKW-Simulator zocken mit Kochtipps, das ist doch nicht geil. Ohne Scheiß, ich hab sogar mal von, von diesen, äh, Fertigmädeln, da war, äh, auch Soße dabei, ähm, am zweiten Tag, Tomatenmark oder was? Äh, naja, das war so, das war, nee, nicht so Tomatenmark, klar, Tomatenmark, das ist diese eine Sorte von, von Kaufland. Ja, 65 Zentimeter. Jetzt kommt der Hammer, pass auf, da hab ich mir von Lidl eine Fertigpackung gekauft und da war halt so Fertigsoße dabei, aber das war so mehr so Tomatenmark, das war mehr so, äh, also da war alles drin irgendwie so und, äh, dann war aber noch Ich feiere lang! Erzählt weiter. Dann bin ich, ähm, 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 da hab ich die andere Nudelpackung genommen von, von Kaufland. Aber weil die Soße von Lidl noch über war, vielleicht so, was weiß ich, so zwei, drei Esslöffel oder so, drei, vier Esslöffel oder so, hab ich die andere Soße, die von Kaufland noch mit dazu gemischt, ohne Scheiß, das hat voll geschmeckt, da hab ich, da, äh, da hab ich das, äh, Tomatenmark da dran gemacht, und weil ich aber die, äh, die Gewürzmischung, hab ich das abgefunden, nicht so richtig mag, hab ich nur die Hälfte dran gekippt, dann hab ich so noch ein bisschen von mein, ähm, Barbecue-Zeug da was dran gemacht und, top, astrein. Ja und an der Nudeln mach ich immer. Barbecue ist übelst top, das könnte ich so fressen. Mit den Nudeln? So, das geht auf Barbecue ab, Alter, wie ein Zäpfchen. Mit den Nudeln oder so, da, da mach ich immer gerne so Hühnerbrühe, oder so, so, so Ochsensuppe, oder so. So Ochsensuppe? Na ja, hier so ein bisschen, so, ein bisschen mäßiges. Ja. Hallo Darkie! Darkie, ich will auch wieder heruntergekommen. Ja, hat er eure 5 Minuten, hinter euch. Achso. Ja, Darkie hatte seine 5 Minuten, ist einfach gegangen. 5 Minuten. Also wer hat er jetzt 5 Minuten? Wie auch immer, Hauptsache wir sind zu Ende. BAM! So, egal wer die 5 Minuten hatte. Just in Time Lieferung, und einmal Sprit sparendes Fahren bitte. Ah ne, bis zu 4 reicht das, ey. So. Dann hacken wir hier mal durch die Stadt. Oh, 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 das war knapp. Das war Uuuhs der Skill. Wurrm 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 Skiditz Skiditz Aua, jetzt hab ich mir auf der Zunge hier bissen. Äh, Lipp, ne, Zunge, Zunge. Ähm, Skiditz sind übelst mächtig, man. Ja. Gibt nichts mehr. Aber machen sie den übelst kaputt. Wirklich? Aber richtig, ja. Ich fresse immer vier Packungen, Alter. Boah, Alter. Da ist Zucker drin, ohne Ende, aber richtig krass. Ja, dann passiert das halt, ne? Musst du mit Cola nachspülen, dann ist der Zucker weg. Geh nochmal ne Packung ruf, Alter. Du hast das ordentlich durchgereinigt, aber richtig. Gleich ne Packung ruf da, Alter. Hier, hier, Bienen. Ja. Bratis. Ich weiß noch nicht, ob ich jemals schon die Originalen, als Kittls gegessen hab. Nein, ich bin über Rot gefahren. Öloi, da war kein Ampelblitzer. Wie tf? Sind das keine Erdnuss-überzogenen? Nein, das sind Nick-Nacks. Das Gittls. Auch keine Nick-Nacks, Alter. Nick-Nacks sind andere. Nick-Nacks sind diese mit der Paprika-Umhüllung. Gittls ist rein Zucker. Ja, was ist denn drin? Schokolade? Nein, Mann, das ist so Gummibärchen-ähnlich. Ah, die... I... Nur ein bisschen fester, ja. Dann hab ich die noch nie, weil die mag ich gar nicht. So was ähnliches wie Jellybean. Nur ein bisschen... Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber das sind genau die Einzigen, die ich gar nicht mag. Also entweder am liebsten esse ich, wenn dann die mit den Erdnüssen drin, als zweiteliebstes die mit den... Warum schmeckt die Cola nach Schokolade, Alter? Was soll der Scheiß? Oder halt die mit dem Gummi, mit dem weichen Zeug da drin. Gleich mal eine Lina nachfressen. Da kann ich gar nicht leiden. Was noch schön ist von... Ich... Hier von... Von M&M's, die mit diesem Crisp innen drin. So Crispy-Keks. Die sind noch in Ordnung, aber dieses... Gummi-Zeug mag ich gar nicht. Hm. Nicht... Meine Cola schmeckt nach Schokolade, Mann. Das ist voll eklig, ey. Gummi. Doch. Ah, jetzt... Lass mich jetzt... Jetzt kann ich mir mal... Nee, Pepsi hab ich mir diesmal nicht geholt. Ich hab mir von Lidi diese Freeway-Scheiße-Eco. Pepsi ist ja sogar teurer als Coca-Cola, hab ich gesehen heute. Nee, Pepsi kostet 1,15... Äh, 1,1 Liter, 50. 1,25. Nee, bei uns 1 Euro. 1,5 Liter. Ja. Ein Cola kostet 1... Also eine 2 Liter 1... 1... Also insgesamt bist du bei 1,90 Stellen, Mann. Danke, ich brauche mir deine Hilfe. Mal einen Channel gehen? Anderen Channel? Ähm, gleich. Warte mal kurz noch. Mal kurz was suchen. Beziehungsweise mit dir was suchen. Alle fressen jetzt hier, Alter. Ja, ist okay. Aber... Okay, ich geh jetzt weiter zocken. Weiter rein.